So, mal moin und willkommen zurück. Es muss nämlich sein, lieber Alex. Hallo, hab Schokolade im Mund. Well, hätte ich jetzt auch gern. Ähm, ja, neue Challenge, 60 werden. Ähm, wo waren wir denn eigentlich noch nicht? Scheiß Caldeum hatten wir noch gar nicht gemacht, oder? Ich würde mal sagen. Ja, scheiß Caldeum. Gehen wir mal dorthin. Ähm, wo damit fangen wir an? Links, wahr? So, uralte Wasserstraße. Um die Ecke stinkt. Mhm. Habe ich die Aufnahme gestartet? Joa. Macht sich immer ganz gut, habe ich gehört. Zweite Ebene. Zweite Ebene ist doof. Auf jeden, was ich, äh, dich fragen wollte. Ja? Hättest du Lust mitzukommen? Zu, ähm, dem Oculus Rift Probe-Anguck-Event-Scheiß? Wo ist das? Wann ist das? Und warum ist das? Na, die sind irgendwie auf, ähm, Shopping-Center-Tour. Und, äh, im Forum Köpenick? Ne, irgendwo in Berlin. Ich hab noch nicht rausgefunden, wo. Ähm, und in Berlin sind sie halt zwischen Weihnachten und Silvester. Und da muss man sich halt für anmelden, um halt einen 30-Minuten-Slot zu kriegen. Und dann kann man halt die Oculus Rift, äh, antesten. Eigentlich, äh, würde ich das halt schon irgendwie gerne mal machen, weil ich ja mit dem Gedankenspielte mir eine zu holen. Also eine Rift oder eine Vive, das weiß ich noch nicht, aber... Und was möchtest du denn damit spielen? Ich, ich will's haben. Achso. Ja, haben will ich auch mal ganz viel. Haben, haben, nur nicht heute, sagt man ja auch. Genau. Jetzt hab ich mir ein ganz kleines Stück Schokolade nur abgebrochen, das ist total. Die Energieverschwendung und den Arm dafür auszustrecken. Verstehe. Ja, nein, äh, würdest du da mitkommen, oder wat? Hm, ja, äh, wenn ich da nicht arbeiten muss, also ich muss... Ja, bis jetzt waren halt noch relativ, also drei Tage noch komplett frei. Müssen wir mal gucken. Wir müssen die alle töten übrigens. Ja, mach das. Also gut. Ähm, prinzipiell kann ich mir das schon gut vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich muss, ich weiß nicht genau wann. Aua. Ähm, entweder 29. oder 30. oder so muss ich arbeiten. Wenn's da ist, wär natürlich blöd. War, glaub ich, irgendwie... Achso, Chargo. Ähm, 27. oder 26. oder 27. oder so. 25. muss ich arbeiten, 26. bin ich verkatert. Achso, stimmt. Äh. 27. wäre eventuell eine Option. Alter, die Schatzkopfens nerven auch tierisch, ey. Alter, lauf. So, fest gefrostet. Jetzt sind wir bestimmt gleich, sind wir bestimmt gleich am Cap. Einer. Scheiß Schatzkopf. Da ist ein bisschen Truma. Oh, da ist er. Komm her. Pfiff, pf, pf. Ähm, Archive. Okay. Ja, ne, cool, weil, äh, irgendwie alleine will ich da halt auch nicht hingehen. Und mich da hinstellen. Ja, das kenne ich gut. Ist schon raus, wo? Wie gesagt, da müsste ich mich dann nochmal genauer mit befassen. Vielleicht Alexa oder sowas. Und würde mich dann auch nochmal bei dir melden, zwecks Termin. Ja, das wäre voll super. Vielleicht egal, zwei Wochen vor eine schriftliche Anmeldung. Ich schreibe es dir in den WoW-Kalender. Ich bin da wahrscheinlich erstmal nicht mehr online. Ich krieg's ja schon kaum hin, dass das ein Squidfighter zu spielen. Verstehe. Na, ich bin halt entweder Ackern oder... Nicht. Okay. Ey. Das muss man machen. Oh, wir sind richtig. Oh, kürz doch nicht ab, immer. Oh. Siehst du, das hat sie nämlich davon. Wieso? Die sterben doch. Was? Stimmt, wir schmieren jetzt einen Grad höher, wa? Mhm. Merkt man sofort. Na, die leben halt ein bisschen länger. Ja. Nicht genug Wut. Das ist der Hau drauf. Der Alodri. Der Räuberhauptmann. Oh, die reflektieren. Ja, da siehst du mal, wie das ist. Ich sterbe. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das ist geil. Das merkt man gleich im Kopf, na ey. Verstehe. So soll's sein. Der lebt ja immer noch. Oh, ja. Oh, ja. Lass mich erholen. Der tot. Ne, der falsche ist tot. Wir brauchen mehr Akankraft. So, jetzt aber. Stopp. Noch, noch. So, nächster Stopp. Stichende Winde. Mhm. Magda zum Schluss. Magda. Fötet. Ist das überhaupt hier lang? Ja, das weiß man hier immer nicht. Ja. Sind wir, wenn die Schrift weggeht, sind wir falsch. Ich glaube, wir sind falsch. Cool, drei Meter weit gesprungen. Hm. Ich sag, wir sind falsch. Ja, andere sind wir. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Every fall. Aber so viel zu Wahrscheinlichkeiten. Ich meine, man hat hier eine 50-50-Chance, dass man falsch geht oder dass man richtig geht. Aber ich gehe hier immer falsch. Dann bist du wahrscheinlich ein ganz spezielles Geschöpf Gottes. Das denken glaube ich keiner. Ich brauche Wut. Lass mich doch mal auf ihn hauen. Mach doch. Oh, die Dicken, die leben länger. Oh, siehst du? Dafür bin ich jetzt schon fünf Level über dir. Sie werden verteilt in die geringen Übel. Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Was machst du eigentlich zu Weihnachten? Bist du bei Family? Nichts. Wahrscheinlich nicht. Ich guck das letzte Einhorn. Das ist ja. Ja. Ja, Wut. Ich habe nicht genug erkannt. Sterb. Römer, Donner. So. Christ. Okay. Ich bleib schon mal hier oben. Sehr schön. Oh, war es nicht schon? So geredet. Was machen wir jetzt, oder? Ja, wir müssen hier mit ihm reden. Wenn der mal fertig wäre. So, da kommt doch noch was hier. Nicht genug, Wut ist mein Lieblingsantwort. Alter. Was bist du denn du für eine Verhelfer? Gar keine. Was? Wir helfen du groß südlich. Okay. Aber nichts mehr. Okay, wir haben auch. Hm. Da geht es nicht lang. In der Nähe von Köln. Allerdings, oben waren noch ganz viele. Habe ich gesehen vorhin. Juhu. Wollen wir die alle umbringen? Hm. Tum, 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 tum. War doch nicht so viel, wie ich dachte. Na gut. Na gut. Dann war ich so lang. Die wollen wir nicht. Ne. Du hast ja was gekriegt. Haben hier Speedy etwas gekriegt. Speedy. Idee. Yeah, meine Kraft wächst. So, more. Yep. I want more. From everything. Nee, von Kronkato. Das ist nämlich Shazong. Kenn ich das schon? Neues Gebiet schon. Ich glaube das ist ein Tötenbeschwörergebiet oder so. Tötenbeschwörer? Tötenbeschwörer. In den Landen nach den geratlichen Drogen von Kejistan lauern teuflische Hunde, die sich von Ars oder unvorsichtigen Reisenden ernähren. Muss man machen. Ereignis. Und stürzen sich auf alles, was ihr anbietet. Ars, schon mal keins. Man sagt, ihre Gier sei so gewaltig. Da ist also Ereignis los. Ja. Wir hauen da ganz schön drinnen, oder? Ja. Eieiei, das ging auch flink. Alltag, könnt ihr mal bitte... Tötenbeschwörer. Das kann ich leider nicht tun. Fuck. Joa. Meister und so. Pssst. Alter, nerv nicht rum. Die explodieren. Pass auf. Ei, pass auf. Ist von Apple? Das Ei, pass auf. Der war nicht schlecht. Was findest du? Tot. Hast nicht aufgepasst. Ich weiß auch nicht. Scheint nicht. Wir müssen nach links. Ereignis. So ein bisschen mehr Wut würde mir ganz gut stehen, habe ich das Gefühl. Eine neue Waffe wäre mal ganz cool. Ja, das auch. Ich wärme mich gerade erst auf. Gift. Noch nicht bereit. Laber nicht. Ich sage, was hier bereit ist. Nein. Trennen. Endlich kann ich sehen, wie gut ihr wundlich seid. Das ist jetzt aber ganz schön. Das kann ich leider nicht tun. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Heiltrank. Ach, so schön. Ja, man merkt's. Wir labern nicht mehr. Es ist ganz schön. Schön. Ganz schön schön. Genau. Oh, Loot. Ist ja ein Bösewicht jetzt überhaupt schon tot. Ja. Wo? Achso. Würde ja da stehen, wenn ich was gekriegt hätte, was Gutes war. Das ist eine Truhe. Lass uns aber erst mal... Ja. Erst mal die Truhe machen. Niemand kann mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. 100 Gegner. Ich habe nicht genug Arkan-Kraft. Ich brauche mehr Gegner. Ich brauche mehr Wut. Alter. Ich war 55 und die Zeit ist abgelaufen. Also unser Schaden reicht definitiv nicht aus. Nee. Aber es ist ja nur noch Magda hier und dann... ...können wir ja schauen, ob wir... Verschlossen. Wir müssen erst noch die anderen hier töten. Oh, toll. Die kotzt natürlich immer welche aus. Hm. Kein Legendary. Ja. Wie groß ist denn der Scheiß hier? Groß. Du rennst hier schon wieder durch. Ja, das bringt doch nichts. Das ist kein Wert. Aua, 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 aua. Jetzt sollte ich mir auch mal... ...ja, cool. Danke für XP. Ich glaube... ...deine... ...dein Level Up hat gerade gut, äh... ...mir auf jeden Fall den Arsch gerettet. Ach, Leute. Okay, bald haben wir's Truhe. Cool, Truhe. Schön. So. Ne, dron. Was muss man machen? Was ist denn das jetzt für ein Eignis? Weiß ich, ich war ja auch noch nicht. Ich wette, die kommen bald wieder, um es zu holen. Also fackelt nicht los. Irgendjemand wird bald wiederkommen, um es zu holen. Schätze ich. So tötet die Kultisten. Okay. Das war jetzt nicht so umfangreich. Ne. Gut, dann... ...dann haben wir noch... ...Fuck da. Genau. Die gute... ...von Stein gehopfst. Helft uns! Ihr könnt uns nicht hier zurücklassen! Helft uns! Uns hilft auch keiner! Ne! 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 weiße! Ich weiß auch nicht... Ey! Ich muss mal retten! Ich bin schwer verwundet! Ich bin schwer verwundet! Die teleportieren sich. Oh, nice. Besterbt. Ich habe nicht genug Akkantra. So, komm her jetzt. Aha, Waffe wäre cool. Irgendwie eine Level-70er-Waffe mit runtergesetzter Stufenbegrenzung wäre geil. Jupp, jupp. Jupp, jupp. Jupp, jupp. Jupp, jupp. Ich bin wieder gesund. Und mein Ebesbalken sagt was anderes. Annehmen. So, mal schauen, wie das jetzt hier wird. Das wird easy. Meinst du? Ah, Simi. Yep. das kann ich leider nicht hast du ja irgendwo ein heil-Dings? ich glaub nicht, wa? ich bin tot du auch ja, so zu... mhm so viel zu das wird easy wir haben einfach ein bisschen wenig Schaden dabei soll ich umloggen auf 70er? mhm, du hast keinen in der Season auf 70 das warst du da geh ich von aus, weil du sonst wahrscheinlich schon ein Paragon Level hättest hab ich ja das würde ich ja sehen pssst du kannst mich nicht verarschen stirb du Schlawinerin mhm ich kümmer mich mal ein bisschen ein bisschen um die Ads mit ich würde das tun wenn ich Mana hätte habt ihr zänglichen Brunnen? ich glaub nicht das kann ich leider nicht tun alter fuck off ich bin wieder gesund tot das kann ich leider nicht tun nein, mach doch sowas nicht kannst mich ja wieder überleben ne ich muss noch ein wenig länger warten Das machst du auf jeden Fall was vor dir, wenn du das schaffst, dann kriegst du von mir GZ Ja, noch ein bisschen Trank Tutte Siehst du, schaffst du doch Was ist denn denn, dann bitte auch, das ist unkwürdig Ich bin schwer verwundet Weg, 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 weg So, wieder eine Runde rumlaufen Das ist mein Plan Ja, man merkt aber, dass du den Magier schon mal gespielt hast Das kann ich leider nicht tun Das ein oder andere Mal, ja Wie, das ist in Fullskill 9 Jetzt festbrosten Pass auf, die Fledermäuse Ich seh sie nicht Doch, sie ist da Pass auf Komm her Die ist auf jeden Fall genau drin In der Masse Mach jetzt keinen Scheiß War erst mal wieder lieber voll Wegrennen, voll machen Ich bin übrigens rot Wo ist er denn hin? Da ist er Sehr cool Sehr cool Krasse Nummer, Basti Krasse Nummer Nicht schlecht Ja, nice Ja, das findest du am Ende des Videos, was nie einer sehen wird Auf jeden Fall Truhe übrigens Ich bin überlastet Ich auch Ähm Aber wurscht Ich muss zurückkehren Ich muss zurückkehren Das hat Spaß gemacht Cool, ich hab ne Waffe Wenn ich die anziehe, mach ich 2600% weniger Schaden Ich hab ne Waffe, da mach ich 160% mehr Schaden Die hätte ich gebraucht grad Nice, nice, nice So, alles wiederverwerten Und mal gucken Ob der gute Tyrael mir was geben möchte Was ich gebrauchen kann Nope Selbstverständlich nicht Aber was soll's Bo Na, siehste So, dann machen wir hier nochmal Klassschiff Und lernen die guten Pläne Kannst du auch schonmal weg Und den Öl kann ich verkaufen Neue Waren Ich mag klein aussehen Aber ich werde euch ganz schön wehtun Falls ihr versucht mich zu bestehlen Gut Ähm, joa Das war ein schönes Ende Wie du gesagt hast Finde ich auch Und dann das nächste Mal Aber wieder auf ner Schwierigkeit Grad niedriger Würde ich sagen, oder? Ja Okay Dann, äh Bis zum nächsten Mal Oderin Tschö Tschö